Hey meine Herren, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es darum, dass man für Stream eigentlich gar nicht so viel Geld braucht. Also man braucht so ein paar Grundsachen, aber es geht mit wenig Geld, manchmal auch schon relativ gute Qualität. Ich selber habe angefangen mit einer Xbox, damals auf Mixer zu streamen. Die ersten 200 Follower habe ich so rumgekriegt. Meine Qualität war tatsächlich nicht wirklich super. Einfach nur Gameplay, kein Overlay, keine Alerts, kein gar nichts. Ich hatte dann später einen Chatbot, Bortissimo. Grüße gehen raus. Und damit habe ich dann langsam angefangen, Sachen kennenzulernen. Facecam ist erst auf Twitch dazugekommen. Meine kompletten Follower auf Mixer habe ich durch die Xbox erreicht. Und meiner Stimme, die damals nicht wirklich gut war. Meine Tonqualität war nicht die beste. Ja, was soll ich sagen? Wahrscheinlich muss ich es ein bisschen runterbearbeiten, aber so ungefähr war meine Stimme damals auf der Xbox. Natürlich ist es jetzt nicht wirklich vergleichbar. Ich kann einmal einen Clip einblinken, wie es dann später aussah. Ich habe meine Gasmaske schon wieder verloren. Ich schwöre dir, die fliegt mir vom Gesicht weg. Aber so ungefähr habe ich angefangen mit meiner Tonqualität. Und das ist nicht sonderlich gut. Überhaupt nicht. Dazu kam, dass ich später dann eine Facecam hatte, die nicht wirklich super gut aussah. Aber sie hat es getan. Das ist die Kamera, mit der wir damals gestreamt haben. Natürlich aus einem anderen Winkel. Jetzt ist es meine Tastatur-Cam ab und zu, wenn wir Unboxings machen oder dergleichen. Aber das war die Kameraqualität. Und ja, was für eine Qualität. Ziemlich zergrüsseltes Bild. Frames sind ziemlich hoch. Ja, und diese Kamera hat 10 Euro gekostet. Es ist eine China-Cam der tatsächlich guten Art. Ähm, ja. Aber wenn wir das jetzt auch noch zu der Tonqualität dazusehen. Dann weiß ich nicht wirklich, ob die Leute damals bezahlt wurden. Weil diese Tonqualität, diese Bildqualität, die wir dann vielleicht auch nochmal so auf ca. 720p skalieren dürfen. Weil, höher habe ich nicht gestreamt von der Xbox. Ja. Dann weiß ich echt nicht, ob die Leute echt nicht bezahlt wurden. Weil das... Oder warte. Es ist gar nicht so schlecht. Die Tonqualität ist natürlich ein bisschen scheiße. Wirklich nachstellen ist es nicht möglich. Vor allem die Bildqualität ist so, wie sie war. Ja, früher war genau meine Bildqualität so. Das war meine Facecam. Ein bisschen weiter unten hatte ich die Cam. Aber so sah es aus. Ich finde, es war keine schlimme Qualität. Es leckt nicht wirklich. Es war ein sehr zufäll, ein extremer Zufall, dass ich für 10 Euro diese schöne Qualität bekommen habe. Ich zeige euch jetzt nochmal, wie das Ganze aussehen kann, wenn die... Wenn das Glück nicht ganz auf eurer Seite ist. Was ich meine mit das Glück nicht auf eurer Seite. Das ist eine relativ okaye Qualität. Das ist jetzt eine Logitech. 10,920. Für ca. mittlerweile 80 bis 100 Euro. Teurer sind die nicht mehr. Gebraucht gehören die auch schon für 60. Aber was ich meine. Wir hatten jetzt einmal eine Cam, die ziemlich günstig war. Und jetzt kommen zwei Cams, die sowohl günstig waren, als auch teurer und schlechter waren. Das ist eine Kamera, die es mal beim Rewe an der Kasse gab. Hatte Schlag und 8 Euro gekostet. Qualität schauen wir uns an. Mal ganz zu schweigen davon, wie das Bild aussieht und dass es gar nicht den Screen richtig voll ausbildet. Weil es nur 640x480p sind und das nicht mal ein 16 zu 9 ist, sieht die Qualität trotzdem nicht ganz so scheiße aus. Und wenn ihr euch sagt, gut, ich nehme jetzt 8 Euro und jetzt kommt es dieser Teil, den ich sage. Diese Qualität, ihr könnt euch, natürlich kann man davon die jetzt nicht vergleichen mit der in einer Logitech. Denn das ist ganz einfach eine andere Preiskategorie. Aber wenn ihr zum Beispiel ein relativ gutes Mikrofon habt und habt eine schlechte Bildqualität, ist das nicht so schlimm wie andersrum. Deswegen, wenn ihr Geld investiert, immer zuerst in den Ton. Denn, selbst wenn ihr weg guckt, das Bild ist euch eigentlich wirklich egal, aber der Ton muss sein. Wenn selbst der Ton sich kratzt und sich schlecht anhört, kann die beste Cam den Stream auch nicht retten. Deswegen erst Ton, dann das Bild. Und da geht so eine 8 Euro Cam auch. Jetzt kommen wir zu einer Cam, die gab es beim Action. Action, wer es nicht kennt, ist sowas wie Kick, nur halt auch für Technik und so. Die ganze 3 Euro gekostet hat. Da sind wir. Können wir noch mehr fokussieren. Ich glaube, wir stehen schon wieder unscharf. Ja, wir stehen schon wieder unscharf. Ja, der eine oder andere sagt es vielleicht, was hätte man für 3 Euro erwarten sollen. Jetzt haben wir gesehen, wie es auch sein kann. Das waren jetzt zwei Cams. Die eine Kamera war gar nicht so schlecht, da muss ich sagen, kann man tatsächlich mal drüber weggucken. Diese Kamera, Leute, dann streamt lieber ohne Kamera. Wenn ihr solche Qualität benutzt, dann lasst es lieber. Wir haben noch eine weitere, die Bildqualität von der ist aber eigentlich genauso wie von der anderen. Die hatte auch um die 5 Euro gekostet. Und das Problem ist, Leute, guckt, dass ihr immer irgendwie einen Standfuß habt, weil... Man kann sie so auf den Tisch legen und dann könnt ihr die als am Ende des Tisches hin tun. Aber ansonsten eigentlich sehr unpraktisch. Aber bei Action habe ich nicht nur einen Schnapper gemacht, sondern auch diese wundervolle Action Cam. Erkennt man es? Es ist eine kleine Action Cam. 10 Euro hat sie nämlich gekostet. Ich dachte mir, komm, pack sie an deinem Fahrrad hinten dran, um zu sehen, wenn was passiert. Eigentlich anstatt irgendwie eine Action Cam noch an der Brust oder so zu haben, eine noch hinten an den Ständer, beziehungsweise nicht an den Ständer, an den Sattel, damit man sieht, was irgendwie hinten passiert ist, wenn einer einen draufgefahren ist oder dergleichen. Das Ganze hat nicht wirklich als Action Cam funktioniert. Also habe ich sie mit dem mitgelieferten Kabel einfach an den PC angeschlossen und habe ein Bild bekommen. Ich werde euch ein Video einblenden, wo wir das im Stream benutzt haben, wie die Cam aussah. Wenn die Leute im Stream waren, erinnern sie sich, diese Hochkant Cam. Wenn ihr diese Tonspur hört, dann habe ich wohl keinen Clip gefunden. Deswegen zeigen wir euch jetzt erstmal das Bild. Das ist die wundervolle Kamera für 10 Euro. Man kann sagen, was man will, aber gegen die 2 Euro Kamera ist das eine wundervolle Qualität. Ich habe eine sehr zitträge Hand. Einziges Problem bei dieser Kamera ist, es hat kein Stativ. Bedeutet, ich habe mir aus Klebeband und Taschentücher eine relative Halterung gemacht, damit ich sie an dem Monitor befestigen konnte. Man kann sie aber auch einfach irgendwie auf den Tisch legen oder irgendwo befestigen. Eine wirklich gute Qualität für 10 Euro. Muss ich sagen, wer sich für 10 Euro eine Kamera holen möchte, kann sie sich definitiv kaufen. Das Problem leider bei diesen Kameras ist, das Ganze sind leider China Kameras. Das bedeutet, heute ist der Name so, morgen ist er so, größtes Problem ist, oft heißen sie HD-Webcam. Und darunter findet man 300.000. Und deswegen kann ich euch die leider nicht verlinken. Möchte euch aber sagen, ich habe 5 Kameras und 3 davon sind relativ gut zum Nutzen. Deswegen manchmal einfach probieren. Und wenn ihr den Mut habt, auch einfach mit Kassenzettel wieder in den Laden gehen, umtauschen, wenn sie eine sehr, sehr schlechte Qualität hat. Wenn es 3 Euro sind und es euch nicht wehtut, dann könnt ihr sie ja behalten. Um solche Videos zu drehen. Jetzt haben wir gesehen, dass Cams in jeder möglichen Preiskategorie Plus und Minus sein können. Natürlich Marktführer, wie zum Beispiel Logitech C920, die Brio, die C922 oder die Elgato, die neue Elgato-Facecam und, und, und. Oder Systemkameras. Damit können die natürlich nicht mithalten, da da einfach viel, viel Technik darunter ist. Was ich euch empfehlen kann, ist, guckt nach Kameras, die vielleicht kein eingebautes Mikrofon haben, da sonst, wenn man für 10 Euro eine Webcam kauft, sagen wir mal 2 Euro auch noch ins Mikrofon gehen. Bei einer Kamera ohne Mikrofon habt ihr genau dieses Preis in der Kamera. Beziehungsweise passt das Ganze. Irgendwie muss es ja auch versendet werden. Nun kommen wir zum Ton. Es gibt viele USB-Mikrofone. Was ich euch nicht wirklich empfehlen kann, sind Aux-Mikrofone, die direkt per Kabel in den PC kommen, da sie dann oft die eingebaute Soundkarte benutzen, die bei manchen PCs nicht wirklich gut sind. Wie es bei mir zum Beispiel der Fall war. Schließe ich heute mein Mikrofon an meinem PC an oder an meinen aktuellen Laptop, hört sich das viel, viel besser an. Damals war es eine grausame Qualität. Wenn ich einen Clip finde, hier nochmal eine Einspieler. Hab ich mich gerade erschreckt, wegen der Ego, äh, aus der Ego-Perspektive rausgehen. Zu dem Ganzen kommt, dass die Tonqualität, wie vorhin schon angesprochen, wirklich das Wichtigste ist. In diesem Video geht es hauptsächlich um Kamera und Ton und in den nächsten Videos, wie ihr euer Streamlabs, euer OBS oder euren PC richtig einstellt. Deswegen gerne der Playlist folgen da oben, sofern ich es hinbekomme oder einfach aktiv auf dem Channel bleiben. Dort werden die Tage, Videos dazu kommen. Ich packe euch in die Infobox ein paar Mikrofone, die ich euch empfehlen kann. Einmal USB-Mikrofone und einmal welche, wofür es ein Mischpult braucht. Dazu packe ich aber auch gleich einen kostengünstigen, guten Mischpult. Sofern ihr euch nicht wirklich auskennt mit Mischpulten, empfehle ich euch einfach mal ein bisschen durch YouTube zu gucken. Nehmt euch ein bisschen Zeit, bevor ihr was kauft. Guckt euch ein paar Videos an. Es gibt zu fast jedem Mischpult ein Video und es muss nicht immer ein großer sein. Ich zum Beispiel habe einen ziemlich kleinen Mischpult. Oft muss es einfach nur reichen, dass ein AUX-Kabel direkt in den Mischpult kann, der dann wieder mit einem USB-Kabel in den PC kann. Da muss ich ganz kurz, tut mir leid, sagen, es ist ein XLA, kein AUX-Kabel. XLA sind die Mikrofonkabel und die müssen in den Mischpult und ein Mischpult haben wir USB in den PC. Dann, was ich euch empfehlen kann, wenn ihr am Anfang ein Mikrofon benutzt, guckt, dass ihr direkt alles dabei habt. Oft sind Mikrofonarme und Kabel direkt in dem Paket mit drin. Es gibt leider manche Mikrofone, da kommt nur das Mikrofon, passt da auf. Nicht, dass ihr dann im Stream steht und das Mikrofon haltet. Ich zum Beispiel benutze das Rode PodMic, aber habe einen extra Pop-Schutz nochmal oben drauf, da diese Pop-Laute ziemlich pervers sind. Da ich oft leider sehr nahe in meinem Mikrofon spreche, habe ich einfach für mich entschlossen, nochmal einen Pop-Schutz drüber zu machen. Und so habe ich nochmal weniger Pop-Laute, die so pervers ins Mikrofon pusten. Das müsst ihr aber selber entscheiden, wie ihr das machen wollt. Mein allererstes Mikrofon war das Neva-Mikrofon NW700. Es ist ein ziemlich kostengünstiges Mikrofon. Die Soundqualität ist relativ okay. Das, was ihr jetzt gerade hört, ist aber mit dem Mischpult. Ich stelle mal das Mischpult kurz so ungefähr ein, wie es bei meiner damaligen Soundkarte war. Da ist der Bass komplett rausgenommen und so hörte sich das wirklich an. Ich gucke, ob ich noch einen Clip finde, ansonsten habt ihr ja schon vorher ein paar Clips gesehen. Echt? Ich mache einen riesen Dara wegen einem Bot, der nicht mal fightet. Es ist wirklich, es hat sehr wenig Bass. Das Problem ist, entweder übersteuert es sehr schnell oder es hat tatsächlich einfach permanente Kratzgeräusche, Rauschen oder halt einfach dieser Bass fehlt. Also dieses, selbst das hört sich einfach schlecht an. Auch zu diesem Mikrofon war ein Mikrofonarm dazu geliefert und ein Popschutz. Das ist jetzt ein ziemlich dicker Popschutz. Ich weiß nicht, nein, man kann es nicht, doch, so kann man es vielleicht erkennen. Es ist wirklich sehr dick. Nicht jeder Popschutz ist so dick, aber selbst mit Popschutz hört es sich immer noch einfach Bass. Man hört einfach, es hört sich hohl an. Hohl tut es sehr gut. Beschreiben. Den Gate ein bisschen runtergehen, dass es trotzdem immer noch sehr übersteuert. Aber das ist halt möglich mit einem Mischpult. Auch dieses Mikrofon könntet ihr ganz einfach an ein Mischpult anschließen und schon wäre die Tonqualität besser. Am Ende des Tages müsst ihr natürlich euch eure Entscheidung spielen lassen, es so einstellen, wie ihr möchtet. Ich kann euch empfehlen für den Anfang, kauft euch ein einfaches USB-Mikrofon. Bitte, was ich euch noch empfehlen kann, informiert euch über euer Mikrofon. Denn es gibt manche Mikrofone, wie zum Beispiel das Rode PodMic. Wenn es direkt an die Soundkarte angeschlossen wird, hat es zu wenig Strom und deswegen hört man es nicht. Entweder ist es super leise oder man hört es wirklich gar nicht. Das Neva NW700 übersteuert extrem, wenn es ans Mischpult anschließt, weil es einfach zu viel Strom bekommt, da diese Mikrofone dafür da sind, dass sie sofort angeschlossen werden. Deswegen informiert euch nicht, dass ihr dann ein Mikrofon für 80 Euro oder sogar mehr kauft und es nicht benutzen könnt, weil ihr keinen Mischpult habt. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video schon mal ein bisschen helfen. Wie gesagt, Sound ist das Wichtigste. Das Bild, gerade viele Leute benutzen sowieso Twitch auf dem Handy. Was bedeutet, das Bild ist nochmal viel, viel kleiner. Kamera und alles muss nicht so scharf sein. Natürlich, wenn ihr wirklich eine super duper Bildqualität braucht, müsst ihr viel Geld investieren. Aber es geht auch mit wenig Geld einen relativ okayen Stream hinzulegen. Folgt mir gerne auf Twitch. Dort bin ich immer montags bis freitags von 18 bis 22 Uhr live. Wir spielen alles mögliche Survival, Shooter, Battle Royale und vielem weiteren. Schaut gerne vorbei. Lasst gerne ein Abo auf diesem Kanal, wenn es euch gefallen hat. Haut eure Kommentare runter und lasst gerne eine Bewertung dort. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und mein Name ist Floyd und ich bin raus. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.